halli hallo leute und herzlich willkommen zurück hier bei arizona sunshine und wir stehen hier vor diesem laden vor diesem gift shop erstmal in den arsch schießen auch viele zombies sind und wir brauchen dringend was zu trinken hat er gerade gesagt und schlüssel müssen wir auch noch finden hier waren definitiv leute vielleicht findet sich etwas nützliches und da haben wir auch schon die erste geile waffe so jetzt haben wir alles nochmal durchgewechselt also ich kann jetzt gerade nicht so ganz verstehen dass er gesagt hat ich habe so einen durst weil normalerweise normalerweise trinkt der nix das ganze spiel auf anderen seite müssen wir hin immer zombie erschießen schau dir das anderen schlüssel so net so 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 Alles mitnehmen, Leute. Hm. Ja, gut. Ich glaube, jetzt haben wir alles hier. Können natürlich noch hochgehen. So. Ich glaube, hier oben... Ja, Essen hatten wir gerade erst. Also alles gut. Ich fände es tatsächlich echt gar nicht so schlecht, wenn er auch zwischendurch Durst hätte. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt geht es wieder ab nach da oben. Da oben rennen die ganzen Tanks rum. Na? Uh, okay. Okay, okay. An alle, die fressen da draußen, ich wollte euch nur sagen, diese Tour. So, viel Spaß. Ich habe wirklich viel Spaß. Ich bin jetzt extra nach hier hingegangen. Ich muss den Sturm wieder anschließen. Weil da vorne so viele waren. Er sieht aus, als hätte es geklappt. Er sah so ein bisschen aus wie so ein ganz bestimmter Präsident. Ich bin jetzt da draußen. Oh. So Leute, und jetzt wird's extrem lustig. Halt den Mund, Halt den Mund, Halt den Mund, das wird nicht jeder Fret in der Nähe hören. Die Scheite ist aus, die Scheite ist aus. Uh oh. Oh Mist, da kommen sie. Und deswegen ist diese Waffe gar nicht mehr so schlecht jetzt gleich. Oh nein, 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 nein. Heute kriegst du mich nicht, Bräunchen. Ich bin mir auf. Ich bin ein爱 T-B. Ich bin ein Eier und dein Gegeninterviewbereich. Ich bin dein netter Schmutter. Ich bin ein Eier, aber nicht mehr. Ich bin das, was ich. Ich bin ein Eier. Ich bin ein Eier. Das ist, was ich. nein nein warum es waren nur noch die vier stücke keine andere möglichkeit wäre vielleicht anstatt hier zu stehen auf dem balkon da zu stehen auf den da oben okay da können wir nicht mehr hoch so ich hoffe ich kriegst es mal besser hin leute nein 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 heute kriegst du mich nicht das kann nicht wahr sein leute also irgendwie das nachladen funktioniert nicht so wie ich gerne möchte ich drücke hier unten drauf ich muss halt hier unten drauf drücken hier seht das mal da wo jetzt die punkte sind da wenn ihr das seht da muss ich drauf drücken da drücke ich drauf aber passiert nix das ist nicht gerade lustig ich habe kein gutes gefühl halt den mund das wird nicht jeder fährt in der nähe hören ich schalte es aus so jetzt versuchen wir es nochmal auf nein 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 heute kriegst du mich nicht freundchen nächste hier 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 Das war's. 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 Ist das nicht herrlich hier? Offenbar haben hier Leute gekämmt. Mal sehen, ob sie etwas Nützliches sagelassen haben. Schau dir das an. Ein Schlüssel. Ich wette, damit öffnet man diese Tür, an der er nicht öffnen steht. Glück gehabt. So. So. Ich würde sagen, wir stellen uns jetzt hier mal wieder ins Licht. Denn ja, liebe Leute. Leider war es das für diese Woche. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen. Wir sind zwar mal wieder verkrepiert, aber naja, was soll man machen? Ja, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und auch einen Kommentar. Denkt dran. Schreibt mir gerne mal rein, was ihr gerne so als Let's Play oder beziehungsweise als Spiel empfehlen könnt. Und dann gucken wir uns das gerne mal an. Gut, Leute. Guck mal eben, wo mein PC steht. Da steht mein PC. Alles klar. Ich bin erstmal raus, Leute. Euer Nexus. Ciao. So.